Sie ist jedes Jahr zehn Jahre alt und trainiert seit etwa einem Jahr bei der Völfergebung. Sie zeigt uns, dass auch ältere Hunde viel Spaß beim Tanzen haben. Dogdance ist eine Sportart für Hunde jeden Alterslist. Untertitelung. BR 2018 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 Und I promise you can, you give so much more than I get I just haven't met you yet I just haven't met you yet I promise you can, you give so much more than I get I just haven't met you yet I just haven't met you yet